So, und zwar diese Aufgabe hier, die hier unten steht. Womit kann man die im Stream eigentlich sehen? Ne, kann man nicht, aber ich erkläre sie. Also, auf einer Party sind 100 Personen. 100 Personen auf einer Party und stoßen mit ihren Sektkelchen an. Also ihr steht auf einer Party mit eurem Sektkelch, insgesamt 100 Personen und jeder stößt mit jedem einmal an. Wie oft klingen die Sektkelche? Ich gebe euch 10 Minuten Zeit, mit Nachbarinnen, mit Nachbarn zu überlegen, wie oft hört man die Sektkelche. Okay? Falls ihr fertig seid, falls ihr eine Lösung herausgefunden habt, ich zeige gleich die nächste Aufgabe, die wir nachher besprechen. Da könnt ihr euch da schon mal eindenken, müsst ihr aber nicht. Also jetzt geht es erst mal nur um die erste Aufgabe. Okay, ich gebe euch 10 Minuten Zeit. Und alle, die online zuschauen, können sich das ja auch mal überlegen. Und in der Zwischenzeit mache ich hier eine Pause im Stream. Okay. So, beim Rumlaufen habe ich gemerkt, dass ihr wirklich sehr, sehr gute Ansätze habt, wie ihr an so eine Aufgabe rangeht. Und genau das wollte ich erreichen, dass ihr wisst, wie man an so eine Aufgabe rangeht, anfängt mal auszurechnen, eine Tabelle zu machen, eine Zeichnung zu machen und so weiter. Und viele von euch sind auch schon auf das richtige Ergebnis gekommen. Also echt gut. Wenn ihr noch nicht auf das richtige Ergebnis gekommen seid, nicht so schlimm. Man braucht manchmal länger, manchmal weniger lang bei einer Aufgabe. Das ist auch ganz normal. Okay. So. Wie seid ihr rangegangen? Was war das Erste, was ihr gemacht habt? Was habt ihr euch überlegt? Los geht's. Ja. Ein Bild. Was für ein Bild? Ach so, ich soll es mir angucken? Okay. Ja, ist vielleicht besser. Leicht, dann nicht so leicht zu beschreiben wahrscheinlich, ne? Okay, ich habe das mal eigentlich, hast du schon mit dem Opfer schrieben? Ja, genau. Also ich habe immer gesagt, A plus B stößt dann. Und dann in der nächsten Runde haben A ein Bild. Okay. Ah, okay. Also. Gesundheit. Okay. Du hast folgendes gemalt. Du hast es in Erbsen reingemalt, ne? Weil wir vorher die Erbsenaufgabe hatten. Du hast in die erste Erbse reingemalt. Ich schreibe jetzt mal nicht A plus B, sondern Person 1 und Person 2 stoßen an. Ja? Ich mache mal kein Plus, sondern ein und. Person 1 und 2. Also ihr könnt euch vorstellen, eine Person steht auf der Party alleine rum, ist ein bisschen früh da. Ich weiß nicht, wer von euch ist derjenige, der immer der Erste auf der Party ist? Also wenn eine Party um 19 losgeht, um Viertel vor sieben da, alle sind genervt. Okay, also der Erste, der so ein bisschen rum steht doof, dann kommt die zweite Person und dann stoßen die schon einmal an. Also so rum kann man sich das auch überlegen. Man muss nicht unbedingt mit 100 Leuten anfangen, kann überlegen, okay, wir lassen die mal nacheinander einlaufen. So, jetzt kommt was? Passiert was? Jetzt kommt die dritte Person und was passiert dann? Jetzt stoßen noch 1 und 3 an und 2 und 3. Okay, was passiert als nächstes? Genau. Genau, jetzt muss die vierte mit allen einmal anstoßen. Also 1 und 4, 2 und 4, 3 und 4. Jetzt merkt man schon, wenn jetzt weitere Personen dazukommen, dann wird immer einmal mehr angestoßen als vorher. Was ist die letzte Reihe? Achso, schon. Bei der letzten Reihe. Genau, hier unten haben wir 99 Erbsen in der letzten Reihe. Klar, wenn die hundertste Person kommt und 99 bereits auf der Party sind, klingen als allerletztes die Gläser 99 Mal, weil die hundertste Person mit allen 99 einmal anstößt. Also was müssen wir addieren? Welche Zahlen müssen wir addieren? Alle Zahlen von 1 bis 99. Wir müssen also ausrechnen, 1 plus 2 plus 3 plus und so weiter bis plus 99. Und dafür können wir eine Formel. Olaf kennt die Formel, weiß ich schon. Was für eine Formel? Wir wollen die Zahlen von 1 bis n addieren. Na. Your Amazingness. Die gleiche Formel wie vorhin, die Gauss-Summen-Formel. Also was muss ich machen? Was muss ich machen? Genau, das ist ja immer noch der Fall. Das ist hier immer noch der Fall. Also was muss ich rechnen? 99. 99, genau, oder andersrum. 99 mal 99 plus 1 durch 2. N mal n mal n plus 1 halbe. N mal n plus 1 durch 2. Das ist die Summe der ersten n-natürlichen Zahlen. Die Gauss-Summen-Formel. Habt ihr euch selbst überlegt zu Hause. Okay. 99 mal 100 durch 2. 9.990 durch 2. Und was kommt dann raus? Ja? 4.950. Genau. 2 typische Probleme, auf die ihr gestoßen seid, habe ich gemerkt, als ich rumgelaufen bin. Einige von euch wollten die Zahlen multiplizieren. Also 99 mal 98 mal 7, 99 mal 96. Das wäre auf die Fakultät rausgelaufen. Aber man muss die Anzahlen ja gar nicht multiplizieren, sondern addieren. Der erste stößt mit dem zweiten einmal an, dann mit dem dritten zweimal und dann mit dem vierten wird dreimal angestoßen. Und die Zahl muss ich ja addieren, nicht miteinander multiplizieren. Und das zweite Problem, manche von euch haben 100 mal 100 plus 1 halb gerechnet. Also die letzte Reihe, in der letzten Reihe 100 Klänge angenommen. Das ist eben nicht der Fall, weil die hundertste Person nur 99 mal anstößt. Dann wurde ich gefragt, ist das wirklich, wenn zwei Gläser klingen, derselbe Klang oder zwei verschiedene? Weil die beiden Gläser ja anschließend klingen. Also wenn ihr so gewitzt in der Klausur argumentiert, kriegt ihr von mir trotzdem die volle Punktzahl. Okay? Wenn ihr dann nicht durch zwei teilt, weil ihr begründet, warum das zwei unterschiedliche Klänge sind. Okay. Es gibt noch einen ganz anderen Weg, der... Ja? Ja, wie habt ihr es gemacht? Ja. Genau. Genau, auf die Lösung wollte ich gerade hinaus. Ich wollte noch eine alternative Lösung vorstellen. Und schön, dass du sie gerade platziert hast. Genau. Die Begründung ist die folgende. Ihr habt die 100 Personen auf der Party. Jede Person stößt mit den 99 anderen an. Jede Person mit 99 anderen. Also jede von den 100 Personen stößt mit 99 anderen an. Ich habe also 100 mal 99 Glasanstöße. Aber jetzt habe ich ja jedes Paar doppelt gezählt. Das ist ähnlich wie bei dem Dreieck vorhin. Ich habe jedes Paar doppelt gezählt. Ich rechne 100 mal 99. Alle 100 Personen stoßen jeweils mit 99 anderen an. Aber ich zähle jeden Glasklang doppelt. Das heißt, ich muss noch durch 2 teilen. So kann man sich die Lösung auch vollkommen ohne Gauss'sche Summenformel herleiten. Oder anders gesagt, so kann man sich die Gauss'sche Summenformel nochmal herleiten. Ja? Weil wir sind ja auch hier oben auf 100 mal 99 durch 2 gekommen. Und wenn du begründest, dass es zwei unterschiedliche Klänge sind bei den beiden Gläsern, weil die unterschiedlich gefüllt sind vielleicht auch, dann darfst du von mir aus auch auf die durch 2 verzichten. Okay. Gibt es Fragen von eurer Seite noch zu der Aufgabe? Ja. 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 Wenn ihr was in der Formel einsetzt? Genau. N mal N plus 1 halbe. N mal in Klammern N plus 1 halbe. Ja. Keine ganze, meinst du? 99 mal 100 durch 2. 100 durch 2 ist 50. Mal 99. Kommt eine ganze Zahl raus. Das praktisch an der Gauss'schen Summenformel ist, ich multipliziere N mal N plus 1. Eine von den beiden Zahlen, entweder N oder N plus 1, ist gerade. Warum? Sehr schön begründet. Wenn N gerade ist, dann ist schon gerade, kann ich durch 2 teilen. Wenn N ungerade ist, ist N plus 1 gerade, kann ich N plus 1 durch 2 teilen. Bei der Formel kommt immer eine natürliche Zahl raus. Wenn ich natürliche Zahlen einsetze. Okay. Ich muss auf jeden Fall auf, wenn mir jemand genau mühlerstange. würde ich bis jetzt zu einem Wenn du nicht.